Das Belvedere-Projekt baut auf dem INCLUEDO-Projekt auf und nutzt DIC-Comp-EDO als Referenz für den verwendeten Kompetenzrahmen. Aber alles nach der Reihe. INCLUEDO bedeutet Inclusive Education, auf Deutsch inklusive Bildung. Inklusive Bildung bedeutet für uns, dass Schulen, Klassen, Unterricht sowie Lernumgebungen so gestaltet werden, dass alle Lernenden in die Lernerfahrung einbezogen werden. Lernende sollen in ihrem eigenen Tempo lernen können und Materialien nutzen, die sie beim Lernen unterstützen und voranbringen. Der Fokus liegt dabei auf einer individuellen, visuellen und aktiven Lernerfahrung. Zum Beispiel durch abgestimmte digitale Inhalte, wie selbst erarbeitete Lernvideos oder Aufgaben auf verschiedenen Levels, die Lernende in ihrem eigenen Tempo bearbeiten können. Im Rahmen des INCLUEDO-Projekts wurde ein aussagekräftiges Modell von Schlüsselkompetenzen entwickelt, die in drei Hauptkompetenzsäulen eingeteilt sind. Die drei Hauptkompetenzsäulen heißen Tablet-Nutzung und Verwaltung, Tablets in der inklusiven Klasse, inklusive Pädagogik mit Tablets. Diesen Hauptkompetenzsäulen sind mehrere Kompetenzbereiche zugeordnet, wie du hier in dieser Übersicht sehen kannst. Diese Kompetenzbereiche können unter www.incluedo.com Kompetenzen aufgerufen und interaktiv betrachtet werden. Zum Beispiel meint der Bereich Tablet 1x1, ich bin in der Lage, ein Tablet und seine eingebauten allgemeinen Funktionen, die durch das Gerät und sein Betriebssystem bereitgestellt sind, im Rahmen meines Unterrichts zu nutzen. Anschließend kann sich jede und jeder natürlich selbst überlegen, in welchen Bereichen man schon Erfahrung hat und wo noch Wissen aufgebaut werden könnte. Es gibt zu den Bereichen verschiedene Übungen, Apps und Beispielehrpläne auf www.incluedo.com. DICOMPEDU bedeutet Digital Competence Framework for Educators, auf Deutsch digitaler Kompetenzrahmen für Pädagoginnen. DICOMPEDU wurde auf wissenschaftlicher Basis entwickelt und beschreibt 22 Kompetenzen, die in sechs Bereiche unterteilt sind. Diese sechs Hauptbereiche tragen folgende Titel. 1. Fachliches Engagement 2. Digitale Ressourcen 3. Lehren und Lernen 4. Bewertung 5. Befähigung von Lernenden 6. Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden Der Schwerpunkt liegt nicht auf technischen Fähigkeiten. Vielmehr soll der Rahmen europaweit aufzeigen, wie digitale Technologien zur Verbesserung und Innovation von Bildung eingesetzt werden können. Unter diesen beiden Links kann der Kompetenzrahmen heruntergeladen und ein kurzes Erklärvideo dazu angesehen werden. Außerdem gibt es ein Online-Tool, wo man in einem Prozess der Selbstreflexion mehr über die eigenen digitalen Fähigkeiten erfahren kann. Dieses Tool heißt Selfie for Teachers und ist über diesen Link aufrufbar. Belvedere bedeutet berufliche Bildung mit dem Ziel einer Vermittlung benachteiligter Jugendlicher und Erwachsener mit Unterstützung digitaler Medien. Das Ziel vom Belvedere-Projekt ist es, Fachkräfte, die benachteiligte Jugendliche und Erwachsene in Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Vermittlungsprozessen unterstützen, mit den notwendigen IKT-Kompetenzen auszustatten, um sowohl die Qualität ihrer Arbeit zu steigern, als auch ihre Lernenden zu stärken. Im Belvedere-Projekt vereinen wir also unser Wissen über digitale Kompetenzen und wollen zeigen, wie man die eigenen digitalen Kompetenzen im Sozialbereich nutzen kann. Deshalb haben wir auf Basis des INCLUEDO-Projekts und mit DICCOMPEDO als Rahmen ein Curriculum, einen Online-Kurs und eine Toolbox entwickelt, um Sie bei der Erweiterung Ihrer digitalen Kompetenzen zu unterstützen. Sie können unsere Videos anschauen, sich durch Selbstlernmaterial klicken oder einfach Apps und Tools aus der Toolbox ausprobieren und vieles mehr. Wir haben auch Beispiele aus unserer eigenen Praxis in der Toolbox als Ideenlieferant für die eigene Unterstützung hinzugefügt. Hier geht's direkt zur Webseite unseres Belvedere-Projekts. Viel Spaß beim Ausprobieren!